Musik Einen wunderschönen guten Tag liebe Seele, lass gern dein Like, dein Kommentar und dein Abo da, es geht auch sofort los. So liebe Seele, dann wollen wir doch sehen, was der Tag für dich bereithält und es geht los mit dem Engel der Meere, die Delfine, der freie Flow. Die Engel der Meere nehmen dich in ihre Mitte, der Flow setzt ein und das hat alles mit einer vergangenen Entscheidung zu tun. Also womöglich gestern oder vorgestern hast du dich für Glück entschieden, hast dich für einen Neuanfang entschieden, hast dich aber auch dafür entschieden, mal ganz du selbst zu sein. Dich in dir zu festigen, vor allem auch deine eigenen Wünsche mal zu respektieren. Nicht nur immer das, was das Außen von dir verlangt, sondern für dich einfach mal zu handeln. Das ist der freie Flow, das heißt, du festigst dich heute auch mit deinem Erfolgsenergiefeld und kannst somit hier einen gewissen Neuanfang starten, indem das Außen schon mal vorab bemerkt, dass du positiv dich entwickelst, positiv auch für dich in deinem Sein bist und positiv auch dem Außen auffällst mit gewissen Veränderungen, dass man sagt, du bist viel leichter, du bist viel ruhiger und gewinnst hier deine Mitte zurück. Geliebtes Wesen, Erzengel Chamuel, ich helfe dir bei der spirituellen Beziehung mit deinem Seelengefährten. Das ist natürlich richtig, richtig schön. Je mehr du für dich in deine Mitte kommst, da geht es dann auch um partnerschaftliche Belange, den Seelengefährten und der freie Flow gibt natürlich dann auch wieder die richtig starke Energie frei für die richtige spirituelle, tiefe Liebe. Also nicht nur das Körperliche, das Seelische, sondern auch geistig und raus aus dem Verstand, der freie Flow in der Liebe. Hier kommt die Connection, also die Verbindung kommt jetzt viel mehr zum Vorschein. Man merkt, was ein Stärken einer Beziehung, wenn du jetzt Single bist, wirst du merken, okay, ich bin jetzt wieder bereit, eine Beziehung einzugehen, egal was davor war, weil deine Vergangenheit geht jetzt in die Heilung. Und das ist natürlich sehr schön, Erzengel Chamuel sowieso, der gibt dir richtige Liebespower heute. Reise nach Lemuria, deine Seele ruft und genau das hatten wir ja schon eben gesagt. Heimat ist kein physischer Ort, sondern ein Gefühl. Wir müssen nicht sterben, um zu leben. Wir können im Leben im vollkommenen Kontakt mit unserer wahren Heimat sein. Führung geschieht von innen. Und das ist etwas, wofür nur du dich entscheiden kannst. Lasse ich mich führen oder eben nicht? Und das hast du getan. Und jetzt wirst du auch geführt. Du wirst nicht nur in der Liebe geführt, was heute aber einen großen Ausschlag schon ausmacht, sondern du wirst für dich in dein Leben, in deine Fülle, in deine Wärme, in deinen Erfolg geführt und wirst somit auch nicht mehr abhängig sein von einer Entscheidung aus dem Außen, weil diese Selbstliebe und das Selbstvertrauen, was du heute für dich gewinnst, du in deinem Leben als den Sonnenschein empfinden kannst, weil du dich selber bejahst. Du sagst Ja zu dir selbst und das ist natürlich richtig, richtig schön. Und daraufhin kommt der Sieg. Und das ist natürlich eine richtig schöne Botschaft, dass du den Sieg für dich hinein heimbringst, dass du für dich sagst Ja, ich habe meinen inneren Schweinehund bezwungen. Ich habe auch jeglichen Zweifel bezwungen. Ich bleibe jetzt im Vertrauen, auch im Liebesfeld, auch im Berufsfeld verändert sich hier was ganz leicht. ins Positive und du merkst, dass die Tatkraft, die dir jetzt in die Hand gelegt wurde, dass dieser Mut, den du plötzlich aufbringen kannst, dass der eben geführt war, dass du in deinem Flow bist und so für dich gewonnen hast, nämlich die Verbindung zu dir selbst und somit auch die Verbindung zur ganzen Welt. Und das ist der schönste Sieg, den du hast in diesem Jahr bisher einfahren können. Und der Drachengra liegt noch dabei. Sei Heilströme für alles Leben und für Mutter Erde. Fühle das Feuer, die Hitze im Sein. Bringe es an das höchste Licht heim. Trinke aus dem Drachengraal. Du hast immer eine Wahl. Und diese Wahl, die hast du natürlich heute, ob du das noch vertiefst, dass du mehr dich in deinem Sein entfaltest, dass du auch den Fokus jetzt mal wieder auf Positivität in der Liebe führst oder ob der Fokus noch ein bisschen eher in die Heilung geht. Die Heilung ist aber hier eigentlich schon geschehen. Und Erzengel Chamuel sagt dir auch, entscheide dich dafür, dich in deinem Liebesfeld, egal ob du in einer Beziehung bist oder nicht, dafür deine Energie zu geben. Denn nur wenn du dafür deine Energie gibst, dann kann er heute auch mit deinem Seelengefährten die Kommunikation standhaft halten und dir aufzeigen, in welche Richtung die Liebe verläuft. Und das ist ja etwas, was eigentlich auch immer interessiert. Und dann kommt das Klarwissen. Wundervoll. Erzengel Uriel. Achte genau auf Gedanken und Ideen, die dir zufliegen, da es sich bei ihnen um die Antwort auf deine Gebete handelt. Und diese Frage hat oft was mit der Liebe zu tun, hat oft was mit deiner Fülle im Leben zu tun, mit deinem Beruf und mit deiner Gesundheit. Und all diese Antworten wirst du heute impulsartig bekommen, denn du festigst dich mit dir selbst, in der schönsten Energie zu dir selbst, in der Selbstliebe und somit auch in der Liebe zum Außen. Und das ist ja auch mit der Liebe zum Außen.